herzlich willkommen zu einem shop video wenn euch die videos hier auf dem kanal gefallen und ihr in zukunft auch keine weiteren videos mehr verpassen wollt könnt ihr gerne ein abo da lassen außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich gerne das video und schaut auch auf dem twitch kanal vorbei link dazu ist ja in der video beschreibung und das dort natürlich ein follow da und dort werden jetzt auch wieder regelmäßig streams kommen also wie gesagt würde mich freuen wenn ihr dort auch mal vorbeischauen könntet und ich würde sagen wir schauen uns direkt den item shop an und dort haben wir heute ein neues emote und zwar den tussi slide aus der ikonreihe ist glaube ich tatsächlich ein emote von drake soweit ich weiß ich glaube irgendein song von ihm heißt tussis leidt also kommt das irgendwo aus der richtung ich höre immer seine musik nicht und kenne mich damit eben halt ich aus aber auf jeden fall sieht das ganze so aus musik ist natürlich lizenziert deshalb gibt es bei mir keine musik weil sonst mein video entweder geklemmt oder gestreikt werden würde und ich auf beides kein bock habe auf jeden fall wird es wahrscheinlich irgendein bekannter song von drake sein oder eben halt so eine musik die typisch für drake ist denke ich mal irgendwas und die richtung wie gesagt ich habe es bisher noch nicht gehört aber irgendetwas so in die richtung wird es auf jeden fall sein für 500 wie bugs ist denke ich mal auf jeden fall in ordnung als nächstes haben wir dann hier noch den raptor skin hier einmal mit zwei verschiedene stile einmal den standard und dann den stil mit schimmer als nächstes haben wir den velocity skin dann noch den sturm bomber gleiter und die party löwe spitzhacken als nächstes haben wir dann noch den flopper skin hier haben wir sogar mehrere stile beim backpack einmal den standard ziel dann den grün stil und dann noch den regenbogen stil ist auf jeden fall ein ganz nice skin dazu gibt es dann noch die scampi spitzhacken als nächstes haben wir dann noch den bärchen bärchen skin dort haben wir vier verschiedene stile einmal den standard ziel dann ein stil mit jacke den stil mit schimmer und den stil mit schimmer und jacke als nächstes haben wir dann noch den sax von grove die sax von grove musik ist auf jeden fall ganz nice gerade für mich immer weil ich immer shop videos mache ist das ganz nice wenn man in der lobby immer verschiedene musiken hat und finde ich ist auf jeden fall dafür sehr sehr gut geeignet als nächstes haben wir noch den endlos party mode dann haben wir noch die sumpf jägerin dann die schlürf lackierung als nächstes haben wir dann noch den erder schüttere mode und dann als letztes haben wir noch das psycho paket ist ja das paket in der kooperation mit borderlands dazu bekommen wir eben halt für 2000 wie wachsen epischen skin und auch diese spitzhacken und by the way wenn er gerade nicht 2000 wie bugs habt und euch das vielleicht aufladen müsstet dann könnt ihr euch auch einfach borderlands drei kaufen das kostet also ist einmal von 60 euro auf 30 euro rabattiert und man hat zurzeit ein apple gutschein das heißt auf jedes spiel was man sich kauft hat man auch mal zusätzlich zehn euro rabatt das heißt ihr könnt das dort auch für 20 euro kaufen und habt dann das spiel und den skin für 20 euro was auf jeden fall ganz nice ist auf jeden fall war es das dann auch schon soweit mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video